Ja, es ist natürlich so, dass auch hier beim Pico die Vereinsammlung langsam einsetzt. Er redet laufen mit seinem Telefon, aber naja, das ist halt so. Jeder kommt damit anders zurecht, mit dem Thailand-Virus. Jetzt ist es besser. Neu gekauft und schon kaputt, alles Drecks, es wird alles so produziert, dass es gleich kaputt geht, sowas wird ja verboten sein, das hat man so überhaupt produziert. Die sollen doch richtig produzieren, dass es hält, das geht doch. Früher haben sie auch so produziert, als sie jahrelang gehalten hat. Ja, ich bin heute mal wieder am Sorin Beach, heute ist Samstag, schaut mal an, wie schön das hier ist, ja, wunderschön, das Wasser kristallklar, hier rüber geht es ja nach Lensing, den Weg bin ich ja schon mal gelaufen, vielleicht läuft ja der Pico mal mit mir, ich weiß nicht, ob er das kann, solche Bergsteigungen. Aber es sind echt viele Leute da und man hat den Eindruck, als wird es jetzt wieder mehr. Wir haben es auch gesagt, dass Kamala ziemlich gut besucht ist, da war ich jetzt auch schon eine Woche nicht mehr, hab gar keine Zeit. Aber ja, hier, schaut es euch an. Das Restaurant gut besucht, die liegen fast alle besetzt hier und super klares Wasser, anders kann man es wirklich nicht sagen. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal und rückt auch die Blogger und dann verpasst ihr auch nicht mehr. Super, give me five.